Und damit ein moin moin und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. So, wir haben in der letzten Folge, äh, Hasan gefunden und, äh, eliminiert. Für Dinge, die ich vergessen habe. Aber es war wohl mit dem, äh, Erzholing-Stahl-Paket für Zuben. Ich, ich, keine Ahnung. Interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Aber gut. So, in dieser Folge werden wir jetzt, äh, ein wenig weiter durch die Ruinen irren. Und gucken, ob wir hier irgendwas interessantes finden. Ich habe das Gefühl, dass hier hinten, in den Ruinen, die etwas weiter weg sind, dass es da nicht ganz so viel gibt, außer die da. Und den hier. Schade, dass es, äh, es gibt zwar im Spiel T-Rex, also Oberviecher, was auch immer. Aber ich finde es ein bisschen traurig, dass sie nicht so groß sind wie die hier. So irgendwie cool. Naja, gut. Da waren die. Und hier habe ich jetzt nochmal das hier. Da möchte ich doch mal direkt reingucken. Und direkt wieder enttäuscht sein, dass es hier nichts gibt, außer ein bisschen Blut. Aber Blut kann ich nicht mitnehmen. Und selbst wenn ich es könnte, wüsste ich nicht, was ich da bewahren soll. Außer vielleicht mal ein Vampir besänftigen, wenn er, wenn er wütend ist. Oder Hunger hat. Oder beides. Ich weiß es nicht. Gut. Ahaha. Es sind aber auch riesengroße Ruinenfelder hier unten. Die Du meistens schon gefühlt wussten, die nicht, wie sie die Karte füllen sollen, glaube ich. Deswegen haben sie das gemacht. weil am anfang waren die ruinenfelder ja ein bisschen hatten ja ein bisschen was an bedeutung weil da halt doch schon sachen drinnen waren die man ja machen konnte das ist einfach nur lückenfüller und ein bisschen monster reingesetzt und fertig ist das was ist ein kagel kann sagen was das für eine kurze wurzel oder das sieht aus wie ein gargoyle das jetzt ein echter gargoyle war oder ob das ein statue ich habe keine ahnung so gut schön dass die feuer hier noch brennen wie lange die auch immer hier schon brennen ziel zukunft auch noch finde ich nicht so nett kannst du mal bitte erstmal wieder spaßig so der läuft weg der ist mir aber auch ehrlich gesagt egal also kann ich mich jetzt hier war ich könnte jetzt natürlich auch die ganzen pilze einsammeln und ich weiß ob ich schon mal irgendwo da war oder nicht aber so eine zeitverschwendung hätte ich gar keine kommt ja eine kleine ich habe ja nicht umsonst gemacht so ich glaube hier ist jetzt erstmal nix mehr ich hoffe es einfach und das heißt zum nächsten abschnitt warum ich mir das antun weiß ich auch nicht ach ja ich bin froh dass ich dieses amulett dann habe das ist das dass man mir keine krankheiten anhetzen kann äh anhängen kann das geil also ich muss irgendwie sagen diese diese dinger hier sind total enttäuschend so richtig enttäuschend du denkst du dir oh cool ist aber was interessantes abwechslung da ist einfach gar nix drin naja gut warane und feuer war so die sachen vom feuer waran nehme ich mit der rest ist mir langweilig das sieht so aus als ob ich hier gewesen bin weil ich hier schon mal war naja also merke diese ruinen hier unten bei morasu sind einfach total langweilig weil sie einfach gar nix haben das ist einfach nur wenn man hier zeit verstreicht weil man denkt dass hier irgendwas sein könnte so hm klar könnte man einen ganzen scheiß pilze sammeln als äh ne aber ich bin zwar der lootkönig ja und das ist auch unangefochten aber selbst das ist mir dann ja too much beziehungsweise kosten nutzen ne äh einsatz nutzen was auch immer ist einfach nicht hoch genug dass es sich für mich lohnt gut gut so plumpsklo ist vollgekackt ja also ich würde mich freuen aber das ist so ekelhaft hier schaut euch das an dieser kochtopf ist einfach boah also richtig lecker ist das und eigentlich ja arme sklave der da drin naja ja der dicke verschwinde wir brauchen hier keine dreckigen söldner was ist deine aufgabe hier ich beaufsichtige die sklaven bei den ausgrabungen was dagegen klar ich sollte dir mal ein paar aufs maul hauen was hältst du davon versuch's dreckskerl dann zeig mal was du drauf hast besieger den dicken finde ich geil osten von warrand und betrieb ok 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 ja ok was ist das wahrscheinlich steht das im vertrieb drinnen dein kleines problem ist weg verdammt warum musst du immer mehr solche aufträge geben ich bin nicht der einzige ich bin nicht der einzige der hier schuchten muss beinahe hätte es mich erwischt das scheißviech darum habe ich ein paar assassine angeheuert die das viech verfolgen sollen anscheinend hat es sich ziemlich weit im osten der wüste niedergelassen schau dir die karte an wenn du willst das sollte dir nun aber wirklich reichen die sklaven können jetzt in ruhe in den ruinen schürfen übrigens bin ich noch in morassul die erste die assassinen lassen mich nicht zu dir bis du ihnen 340 goldstück bereichst mach bitte keinen scheiß und schick einen das echtes problem das heißt hier gibt es irgendwas irgendwas cooles da muss ich dann hin was ist dann ja hier ja das ist dann ja das ist dann ja okay mach das bloß nicht nochmal tja das hängt ganz von dir ab zu schwer schade gut alles klar dann haben wir den dicken auch verprügelt ist äh ganz okay denke ich mal er hat verdient gut ich hätte gerne ein teleport stein nach morassul damit ich äh ach weißt du was ich mach das jetzt einfach komm ich kann ja da immer noch cutten ähm ach bakaresch würd ich ne funktioniert das eigentlich wenn ich so mach ne schade äh baka 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 so ab nach bakaresch so hier suchen wir irgendwen ähm Aschnu wir suchen Aschnu bist du Aschnu? nö Aschnuch Aschnu 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 bist du Aschnu? nö Schwein Willst du Aschnu 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 Aschn Nimm diese Trophäen gebracht? Da hast du wirklich gute Arbeit geleistet. Hier, nimm dieses Gold als kleine Belohnung für deine Mühen und richte Bandaro mein Gruß aus, falls du ihn noch einmal treffen solltest. Was ist nun mit Bandaros Paket? Ich werde mir den Inhalt dieses Paketes genauer ansehen. Einige dieser Trophäen konnte ich bisher noch nie in meinen Händen halten. Willst du vielleicht noch etwas mehr Gold verdienen? Es gibt da noch einige Dinge, die ich gerne einmal näher betrachten würde. Du scheinst mir ein fähiger Jäger zu sein. Was genau suchst du? In Myrtana leben wolfsähnliche Bestien, die als Varge bekannt sind. Wenn du mir fünf von ihren Fällen bringst, kann ich sicher einige neue Erkenntnisse sammeln. Außerdem hätte ich gern das passende Gegenstück zu diesen Sandcrawler-Zangen. Nördlich von der Wüste leben ihre Verwandten, die Maincrawler. Fünf von ihren Zangen sollten mir genügen. Im Nordwesten, wo sich Varand und Myrtana treffen, findest du außerdem die seltenen Sumpflürker. Bring mir die Haut eines solchen Tieres. Warum musste ich ihnen auch fragen? Ich werde diese Dinge auftreiben. Ich glaube, ich habe die Dinge. Habe ich scheinbar nicht. Okay, ich glaube, Varg-Fälle sind das, was mir fehlen, oder? Krüterhaut habe ich. Mindcrawler-Zangen habe ich. Schwarze Troll. Es fehlen die Fälle der Vargs. Das ist ungünstig. Muss ich mal gucken. Ich hoffe, ich vergesse das dann nicht. So, aber erst mal. Genau, ein Bett. Geil. So, bis zum Mittagspitzen. Geil. So. Und an der Stelle werde ich mal einen Cut machen. Und werde zu dieser markierten Stelle auf der Karte laufen. Um zu gucken, was dort ist. Ich bin einfach zu neugierig. Also, äh, ja. Bis gleich. Äh, dass ich den jetzt hier treffe, hätte ich nicht gedacht. Aha. Und was treibst du hier? Nach unserer Ankunft hielten wir es für das Beste, uns zu trennen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das war Saturas Idee, nicht meine. Wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir zusammengeblieben. Aber auf mich hört ja niemand. Seitdem führt mich die Suche nach Wissen und Erleuchtung durch die Wüste. Wenn es etwas gibt, das du brauchst, so lass es mich wissen. Alles klar. Äh, aha. War ein Schattenwerfer. Das ist mir schlecht, aber Wasserrohbe. Aha. Okay. Cool. Habe ich... Ich habe eigentlich genug, ne? Deswegen brauche ich das eigentlich nicht. Naja, gut. War schön, Kronos zu treffen. Aber scheinbar bringt das auch nichts. Na, deswegen... Äh, ich such mal dieses Fleckchen weiter. Bis gleich. Tja, schau mal einer an, was wir hier gefunden haben. Genau an der Stelle haben wir einen Drachen. Jo. Ist das ein Drache? Ja, es ist ein Drache. Ja, ich bin ja, ich bin ja Drachenjäger, ne? Ist ja allgemein bekannt. Auf geht's! Wird schon schief gehen. Dauer. Also es sind auf jeden Fall kleiner als die Drachen im zweiten Teil. Aber jetzt... Im Vergleich sind die hier... Ja. Also im Vergleich zu den Resten der Viecher, sind die nicht schlecht. Und ich glaube, ohne diese Rüstung wäre das halt echt... Drachen, nicht schon wieder Drachen. Aha, aha, cool. Wow. Golden aus Schuppenblock. Besonders harter, leicht golden gefärbter Schuppenblock eines Drachen. Geschnitten aus Schuppenblock. Hochwährige, hochwertige Schuppen eines nicht mehr ganz so lebendigen Drachen. Drachenherz, das feurige Herz eines mystischen... Einer mystischen Kreatur. Und... Ja, vier Dracheneier. Das Ei ist warm und von ihnen hört man ein leises Kratzen. Geil. Ja, Drachen. Wir hatten ja auch die Quest für... Äh... Milken. Dass wir Dracheneier und Drachen und so töten sollen. Falls die hierher... Entschwunden sind. Und... Ja. Es ist halt die Frage, wie viele Drachen gibt es denn noch? Ich weiß, es ist unser Kap Dun. Unter Kap Dun gibt es noch ein, zwei Drachen. Und ich glaube, nur noch Tana. Ist auch noch irgendwo einer. Muss ich halt mal gucken. Na gut, dann haben wir das gemacht. Und, äh... Da ich keinen Teleportschein nach Morasul hab, äh... Sehen wir uns gleich. So, da bin ich. Gut. Was können wir jetzt, äh... Noch machen? Das war was anderes. Kann ich hier... Och, Narok ist bei der Ausgrabung. Gut, dann können wir jetzt zum Geschäft kommen. Worum geht's? Also, erstmal brauchen wir ein bisschen Gold. Und ich weiß auch schon, wie wir das bekommen. Ich habe da einen Erzrohling. Wenn wir den verkaufen, kriegen wir eine hübsche Summe Gold. Was meinst du? Was verlangst du für den Erzrohling? Nun, du musst wissen, ich habe mir Gold geborgt. Von ein paar... Geschäftspartnern. Mit dem Erz sollte es kein Problem sein, meine drei Schuldscheine einzulösen. Ich kriege den Rohling und du deine Schuldscheine. Hm. Für uns beide ein gutes Geschäft. Was sagst du? Ja, komm. Ich sehe mir die Sache mit deinen Schuldscheinen mal an. Gut. Hier ist der Erzrohling. Ich würde ihn jetzt selbst einlösen, aber... Na ja, wenn ich damit irgendwo auftauche, kriege ich höchstens einen Bruchteil des Wertes. Verstehe. Schuld und Scheine. Das ist... Das ist... Das ist... Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Alles klar. Er hat auch nicht mal gesagt, bei wem er Schuldner ist. Okay, bei dem ist jetzt nichts. Mit dem habe ich gekämpft. Mit Paladin auch. Mit Ölg. Auch. Anga ist hier. Komm, auf geht's. Den nehme ich aber mal mit. Aber das kann. Äh, hier. Ich habe Ramirez gefunden. Gut. Wo ist er? Er ist tot. Das wird Ningal bestimmt interessieren. Besser, du erzählst es ihm selber. Also sieh zu, dass Nasib dich rein. Hier ist die ausgesetzte Belohnung. Ich soll dir einen schönen Gruß von Aschnu ausrichten. Er hat dein Paket erhalten. Vielen Dank. Ich werde ihn bei Gelegenheit mal wieder einen Besuch abstatten. Ja, toll. Melorica. So, dann schauen wir uns hier einfach mal weiter um. Was ist? Hast du dich verlaufen? Ein bisschen. Wie sieht so aus? Irgendwie schon. Du schaust hier in jede Ecke, als hättest du was verloren. Oder du suchst nach einer Gelegenheit, hier in der Stadt was einzusacken. Richtig? Äh. Und wenn es so wäre? In dem Fall kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Wie sieht's aus? Unsinn. Ich suche Arbeit. Nun, für jemanden wie dich hätte ich da etwas. Aha. Okay. Was hast du mir anzubieten? In dieser verdammten Stadt leben die einflussreichsten Händler der ganzen Wüste. Entsprechend groß sind auch ihre Besitztümer. Wenn du mir hilfst, sie etwas zu erleichtern, könnte ich dir beibringen, wie man richtig absahnt. Gut. Ich helfe dir jetzt. Was genau soll ich stehlen? Vor einiger Zeit war so ein Quacksalber in Morassul. Er hat den Händlern hier Geschichten von einem großen, bösen Dämon erzählt. Er käme immer bei Nacht und würde den Ungläubigen die Seelen rauben. Natürlich gab es ein Gegenmittel. Den Seelenkelch. Er würde jedem, der ihn besitzt, vor dem Dämon schützen. Fünf der Händler hier haben ein Vermögen bezahlt, um den Seelenkelch zu kriegen. Seitdem hat jeder von ihnen einen davon neben seinem Kopfkissen stehen. Bring mir die fünf Seelenkelche. Die Idioten werden auch ein zweites Mal bezahlen, wenn sie merken, dass die Dinger weg sind. Alles klar. Ich will Marsils Schuld scheinen. Wie viel verlangst du dafür? Ich will dir kein Gold abnehmen. Du wirst es bei den anderen brauchen. Und was willst du? Nichts. Jedenfalls jetzt nicht. Ich komme später darauf zurück. Oh. Bei wem genau steht so ein Seelenkelch? Faisal hatte einen gekauft. Und Ilja auch, das weiß ich. Bei den anderen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Schau dir einfach ihre Betten an. Und komm nicht auf die Idee zu versuchen, ihnen die Dinger selbst wieder zu verkaufen. Das erfordert schon ein wenig mehr Verkaufstalent. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, klar. Alles klar. Gut, gut. Das heißt, ich darf jetzt offiziell in die Häuser eintreten und gucken, ob sie... Okay. Nächster Raum für eine Truhe. Schlecht. Äh, haben wir hier einen Seelenkelch? Äh, äh, nö. Gut. Dann schauen wir hier nach. Ah, tja, ist auch kein Bett. Ich hoffe, du hast saubere Füße. Nö. Das sind ja da Füße, du Spacko. Hat niemand saubere Füße. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Ist mir egal. Eisender Händler, was haben wir hier? Nichts. Zeig mir... Äh, Abfall. Hast du ein bisschen besseres Zeugs? Nein, auch nur Abfall. Geil. Guck mal, ich kann hier nach oben. Und schau einfach mal, ob ich hier vielleicht... Da ist ein Seelenkelch. Nein, da. Seelenkelch. Danke. Machen wir jetzt ein. Äh, tja, tja. Ja. Nö. Nö. Ist okay. Gut, gehen wir weiter. Aua. Ähm. Okay, ich hätte jetzt gedacht, der hat einen, weil er direkt vorm Haus steht. Dich kenne ich nicht. Bist du aus dem Norden? Könnte man so sagen. Hm. Auch auf der Suche nach Profit. Was? Tja, was auch sonst? Was machst du hier? Ich kaufe, ich verkaufe. Was willst du hören? Ich bin Artefakthändler. Und wenn nicht ständig was schief läuft, bin ich auch ganz zufrieden mit meinem bescheidenen Dasein. Zeilen. Ein Obstkompott. Äh, ja. Ja. Regen ist Stärke. Ring des Lichts. Eisring. Ring des Kampfes. Ausdauer. Perflexe. Alles Nö. Ach man, das wollte ich nicht. Die Dinger sind das wertvollste, was die Orks da draußen bisher ausgebudelt haben. Es sind doch nur Schlüssel. Ja, ja. Aber die Orks wollen in den Tempel. Deswegen würden sie jeden Preis bezahlen, um an die Schlüssel zu kommen. Macht Sinn. Ich werde dir helfen, dein Geschäft wieder anzukurbeln. Ich will, dass die Sklaven wieder für mich arbeiten. Schon klar, sie sollen Artefakte für dich klauen. Geh zum Tempel und sprich mit dem Dicken. Er beaufsichtigt die Sklaven dort. Überzeuge ihn. Mir ist egal, wie du das anstellst. Hauptsache die Geschäfte gehen weiter. Gut, dass ich den Dicken nicht getötet habe. Nur umgeknüppelt. Guck mal, was haben wir hier? Bitz, nein. Ist das? Oh, was war das? Dietrich. Gut. Gut. Oh, ich denke, da hat etwas passiert. Oh, ich denke, da hat etwas passiert. Ich brauche mehr von den Kälchen. Ich brauche und ich will mehr von den Kälchen. Ich will sie alle haben. Hier ist doch bestimmt wieder einer. Ja, danke. Zehn Kälchen. Gut. So, was weiß ich ja. Sei gegrüßt, Hütter der tausend Münzen. Du siehst aus, als seist du auf der Suche. Bist du auch ein Jäger der verlorenen Tempelschlüssel von Morazul? Oder führt dich doch ein anderes Geschick als die Gier nach Profit in unser heißes Land, mein blasser Freund? Ja, Ausdauer, Eiswinger, das ist alles selber. Ich komme wegen Masils Schuldschein. Augenblick. Ich muss sehen, wo ich ihn habe. Ah ja, es sind zwei, sagen wir drei, einhalb, zweitausend Goldstücke. Das ist ja ein Witz, oder? Oder ich kriege einen Erzrohling von dir. Du weißt von dem Erz? Hey, jeder hier weiß, dass Masil einen Erzrohling hat. Und jetzt schickt er dich, seine Schulden einzulösen. Also, du hast mein Angebot gehört. Ja, ja, ja. Hier ist dein Gold für Masils Schuldschein. Sehr gut. Und hier ist... Ich suche das Amulett der Zauberei. Tja, ich fürchte, da bist du umsonst gekommen. Ein solches Amulett besitze ich nicht. Wirklich nicht? Schau doch noch einmal genau nach. Es ist sehr alt. Ah, richtig. Eins von den alten Amuletten. Ja, das besitze ich. Sag mir, warum willst du es haben? Ich will meine magischen Fähigkeiten steigern. Mit dem Amulett habe ich mehr Mana und kann besser Zaubersprüche sprechen. Oh, ähm, gut. Ich mache dir einen Preis. Ja, geil. Erzähl mir mehr über die Tempelschlüssel von Morasul. Oh ja, das will ich gerne tun. Zufällig habe ich einen in meinem Besitz. Vielleicht können wir ja ins Geschäft kommen. Aha. Was verlangst du für deinen Tempelschlüssel? Weißt du, den habe ich nicht ohne Grund erworben. Im Tempel liegt etwas, was ich gerne haben möchte. Was? Eine alte Vase. Sie ist übersät mit alten Schriftzeichen. Ich biete dir folgenden Handel an. Ich gebe dir den Schlüssel und du besorgst mir die Vase. Was hältst du davon? Abgemacht. Ich hole dir deine Vase aus dem Tempel. Gut. Denk dran, sie ist über und über mit Schriftzeichen versehen. Und wenn du nicht lieferst, wird mir... ...und lass dir nicht zu viel Zeit. Oh. Alles klar, danke. So, war ich schon hier oben? Ich habe so breite Schultern, ich komme hier gar nicht rein. Also, ja, 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 komm, das hat mir jetzt okay. Gut. Wie viele... ...Kirche habe ich? Äh, 10 Feuer, Kirche, 1 und 2... Achso, Goldpokale. Und wir ziehen es immer. Drei Seelenkirche. Ich glaube, ich habe zwischen den Folgen mal einen gefunden, deswegen habe ich einen mehr. Das heißt, wir füllen noch zwei. Mhm. Da oben dann bestimmt. Ja. Das bitte ich hier noch einen sein. Ach, Mann, ey. Hätte ja, hätte ja. Ach, komm, hier sind noch mehr. Nichts, nicht. Okay, nicht. Nichts. Schade. Oh. Okay. Sind wir jetzt umsonst hier? ins Schlafgemach von ein paar Leuten eingedrungen. Aber selber schuld, wenn sie keinen Seelenkirch haben. Mhm. Ah, sieh an. Der neue Champion von Morasul. Hey, du. Suchst du auch nach den Tempelschlüssel? Wie bitte? In dieser verfluchten Stadt gibt es doch nur noch ein Thema. Die Artefaktschlüssel zum Tempel von Morasul. Ach was. Ja. Der Typ in meiner Kneipe stellt viele Fragen über den Tempel. Ich glaube, er weiß etwas. Aha. Vielleicht redest du mal mit ihm. Was willst du trinken? Oder bist du schon pleite? Wie meinst du das? Morasul ist ein teures Pflaster. Wenn du hier kein Gold hast, bist du schnell aufgeschmissen. Ich kann dein fucking ganzes Ding kaufen, Mann. Gib mir den Schuldschein von Marsil. Na gut. Wie du willst. Hoffentlich weißt du, was du tust. Lass dich nicht von Marsil reinlegen. Hier hast du den Schuldschein. Ich glaube, das waren jetzt alle, oder? Wie kann ich hier Gold machen? Du kannst natürlich versuchen, mit den Händlern ein paar Geschäfte zu machen. Sonst noch was? Na ja, und wenn du wirklich ganz dringend Gold brauchst, kann ich dir was vorstrecken. Tatsächlich. Wie viel? Na ja, für dich sagen wir 1000. Da gibst du mir aber noch 400 mehr zurück. Brauche ich nicht. Du siehst nicht aus wie ein Assassine. Das liegt wohl daran, dass ich aus Myrtana komme. Aha, alles klar. Gut, schauen wir mal hier. Wie ist das? Wie ist das? Kirk. Hallo Kirk. Na gut, lieber Kirk. Was hast du? Immer. Was hast du anzubieten? Oh, ich sehe, ich habe deine Neugier geweckt. Was? Ich kann dir sagen, wie du an einen der Tempelschlüssel von Morazul kommst. Und weiter? Nun, das kostet dich eine Kleinigkeit. Wie viel? 500 Goldstücke. Oh, ist das so teuer. Wo ist der Tempelschlüssel? Hast du das Gold? Ja, hier. Gut, also, der Tempelschlüssel ist draußen vor der Stadt. Wüstenräuber haben ihn. Sie haben ihn bei einem Überfall erbeutet und suchen nun einen Käufer. Weißt du, wo die Räuber sind? Ja, wenn du willst, führe ich dich hin. Führe... Wieso habe ich das Gefühl, dass das ein Hinterhalt ist? Und das Kirk versucht, umzuknüppeln mit seinen komischen Wüstenräuberfreunden, aber... bin mal gespannt. Guck mal. Bestimmt, so. So wie in den anderen Dingen. Naja, gut. Ja, dann bring mich mal hin zu deinen Freunden. Bin gespannt. Wie viel Ruf haben wir eigentlich in Morasul? Mittlerweile. 40, das ist nicht sehr viel. Oh, oh. Gut, mal schauen, wie lange wir laufen müssen. Oh, 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 cool. Was ist die Frage, wo waren wir da hinten schon? Haben wir die schon umgeknüppelt? Ja, ich habe so das Gefühl, dass ich mich daran erinnere. Ach nee, das waren die, äh, die Wüstenräuber, die, äh, nicht böse waren. Die habe ich, glaube ich, am Leben gelassen. Mal schauen, ob sich das als, äh, gute Entscheidung heraus schließt, oder eher nicht so. so mein Freund, jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen. Verstehe, du bist selbst Wüstenräuber, was? Wäre besser, wenn du mir jetzt ganz schnell woher willst du wissen, dass ich welche habe? Die dämlichen Dinge sind hier einen Haufen Gold wert. Einen habe ich schon erbeutet. Und jemand wie du kommt nicht nach Morazul, um Sklaven zu verkaufen. Ich wette, du hast dir auch schon den einen oder anderen Schlüssel an Land gezogen. Und die werde ich jetzt aus dir heraus prügeln. Jetzt bist du dran. Ja, wieso habe ich das kommen sehen? Naja. Wow. Du bist der Geilste. So, die Geilste. Dann töt ich halt den hier erstmal. Die Waffe gehört jetzt mir. Oh, Alter, ey, was kannst du denn eigentlich, ich meine. Ja, danke für den Schlüssel. Nächstes Mal, ähm, richtig fertig. Waffe, du Stimm. Ich meine, er hat verdient. Ganz ehrlich, er hat verdient. Weg mit der Waffe, weg mit der Waffe, du wachst. Die haben es einfach verdient. Wer versucht, mich übers Ohr zu hauen, hat, äh, muss damit rechnen, dass er halt, äh, ein Kopfkürzer gemacht wird. Hm? So, wie viele haben wir jetzt? Drei. Uns fehlt noch einer. Ich glaube, der eine Händler von Orknerok. Ich glaube, der hat noch einen. Und ich glaube, dafür sollten wir die Schuldscheine machen. Ich glaube, dass, äh, er den letzten hat. Und ich hoffe es. Schauen wir mal. So, seine, äh, Wachen. Vom Wasserhändler habe ich immer noch nicht gefunden. Und noch ganz viele andere Sachen. Ja, bin ich mal gespannt. So, aber erst mal, äh, Amulett. Hier ist das Amulett von Ilja. Ausgezeichnet, Sohn der Verlässlichkeit. Hier ist ein Lohn. Wenn du Interesse hast, kann ich dir noch ein Geschäft anbieten. Aha. Erzähl mir von deinem Geschäft. Gehe für mich zur Oase des Murat und entsende ihm meine Grüße. Gib ihm das Amulett als Geschenk. Als Geschenk? Er wird es nicht annehmen, ohne dir ein Angebot dafür zu machen. Verstehe. Bei wie viel soll ich einschlagen? Du wirst nichts anderes akzeptieren, als die liebliche Jasmin. Sie ist der Preis, den ich begehre. Jasmin, nichts anderes. Wie viel ist für mich drin? Ich gebe dir einen Haufen Gold und ich werde mich bei Gonzalez für dich einsetzen. Das reicht mir schon. Gut. Nimm das Amulett. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, wann kriege ich denn endlich mal wieder Ruf in Morasu? Ja. Hier, Nimm. Das macht dich schuldenfrei. Ich danke dir. Jetzt bin ich endlich alle meine Schulden los. Jetzt kann ich wieder unbehelligt in der Stadt Geschäfte machen. Nimm dies als Belohnung und viel Glück bei deinen eigenen Geschäften, Fremder. Lass dich nicht übers Ohr hauen. Das geht verdammt schnell in dieser Stadt. Gib mir den Kirch des Feuermagiers. Ah. Gerne. Es war der Feuerkirch und kein Tempelschlüssel. Gut, dann fehlt uns trotzdem noch ein Tempelschlüssel. Das ist okay. Da kann ich zur Oase und Jasmin holen. Und Seelenkelche brauche ich immer noch. Schau einfach nochmal ganz fix nochmal. War schade. Es sind ja noch zwei Seelenkelche. Gut. Aber ach so, das brauche ich nicht. Ist der irgendwo ein Bett? Natürlich nicht. Gut. Aber die Zeit. Habt ihr jetzt nicht so drauf geachtet. Es tut mir leid. Ich beende die Folge mal hier an der Stelle. Sag vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. COPYRIGHT Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020